hallo und willkommen bei comic dojo hier ist thomas hier ist steve und heute sprechen wir über einen unserer absoluten lieblings mangas und zwar fist of the north star ja du weißt gar ich wie froh ich war als dieser band endlich bei mir ankam naja in anderen europäischen ländern gibt es fest auf der north star komplett übersetzt aber für uns beide die nur deutsch und englisch lesen können ist natürlich ein segen dass endlich eine sehr schicke schöne englische ausgabe herauskommt wir hoffen es doch dass die was das wiss comics wiss verlag dass die durchhalten und die ganze serie veröffentlichen denn vorher gab es ja fist of the north star auf deutsch hier von planet manga verlag war auch so ziemlich das gleiche format aber mit softcover und schutzumschlag diese schicke neue version ist hier im hardcover ich weiß gar nicht wann die deutsche version rauskam ich glaube 2000 oder sowas genau 2000 also schon 21 jahre her und davon gab es nur neun bände wenn ich mich nicht irre ja und ich dachte mir dass diese schicke neue veröffentlichung gibt schauen wir doch einfach mal rein an sich vom cover ist es schon sehr cool ich weiß nicht ob es im video zu sehen ist aber hier sieht man das hock der sternzeichen der sternzeichen als es ist mit so einem klar lack auf dem logo hier drauf sehr cool gemacht ja hier von der seite mal ein eindruck ich denke mal dass es dann in jedem band einen anderen charakter hier auf der seite zu sehen das ist dieses wiss signature label ich habe es immer so abgestempelt als ein bisschen auch die erwachseneren stories die sie dann veröffentlichen so die ganzen na sag es mir asano der typ der gute nacht pun pun zum beispiel gemacht hat alle seine sachen kommen unter dem sick label raus oder auch die im auto taiwo matsumoto sachen taiwo matsumoto dorohedoro auch ein sehr gewalttätiger manga schick schick gemacht muss man sagen sehr schönes blut es hat auch wieder so sportgloss genau der manga ist ein absoluter klassiker einer der größten schonen manga hits aller zeiten ursprünglich veröffentlicht in japan von 83 bis 88 27 bände ja war damals mit dragon ball der größte hit wenn es um schonen manga geht was schon krass ist weil schonen manga war ja eigentlich eher für so junge teenager sagen wir so plus minus zwölf jahre alte jungs und hier in diesem manga geht es ordentlich zur sache wie wir bald sehen werden unglaublich gut dass man endlich diese seite in farbe genießen kann ja sehr cool wobei hier noch kenshiro noch glaube ich in seiner schmächtigsten form zu sehen ist mit dem cover vergleicht er ist noch mal ja ein ordentliches update der ganze comic fing ja an als mad max ja mad max homage homage mehr oder weniger und das ist eher so mel gibson und später wird es dann eher zu so einer art sylvester stallone arnold schwarzenegger das stimmt ja ja ich finde es super die ganzen farbseiten sind in dieser neuen veröffentlichungen drinnen und was nicht so super ist ist dass die soundwords auch übersetzt wurden aber lass uns mal kurz vergleichen ich habe hier noch diese reichen ausgabe dabei da ist nämlich auch das erste kapitel von fist auf den oster hier sieht man schon wie viel text hier reingehauen wurde ja ich kann mir vorstellen dass im japanischen halt hier ganz viele japanische schriftzeichen sind und hier ist wesentlich weniger hier ist nur diese erste zeile auch an die explosion sieht auch anders aus das ist eine komplett andere stimmt das ist ganz anderes artwork ganz anderes artwork ja das ist ja interessant auch das gebäude das ist komplett komplett anderes artwork ja ganze seite wurde noch mal neu gemacht irgendwann diese doppelseite die ist identisch die blieb gleich allerdings ist die koloration auch ein bisschen anders wenn man hier das ist halt die frage ob es am druck liegt oder auch hier die wolken das vergleicht und der blitz also das ist wahrscheinlich neuer das ist wahrscheinlich noch mal retuschiert würde ich sagen weil das hier sehr analog aus diese wolken hier interessant und das ist aber identisch würde ich sagen das ist identisch allerdings hier hast du ja halt die japanischen soundwords und so hat es in japan im original ausgesehen und hier wird es durch ein riesiges doom ersetzt die farben sind bei dir ein bisschen satter muss man schon sagen jetzt ist natürlich die frage ich weiß nicht ja aber nur was richtiger ist minimaler unterschied die rot töne und die blaue töne sind auf jeden fall ist ein bisschen satter wir sagen es ja immer das ist eigentlich unnötige arbeit man muss das japanische weg retuschieren und dann andere schriftart draufsetzen finden wir eigentlich nicht so geil also dann behaltet doch lieber die japanische schriftart und setzt wenn ihr schon irgendwas ist auf englisch haben wollte dann schreibt das klein nebendran aber soundwords übersetzen ist sowieso unnötig was steht denn da warum also kann sich ja wohl jeder denken wie ein auto klingt das braucht man ja wohl nicht zu übersetzen aber interessant dass da diese ersten zwei seiten komplett überarbeitet worden sind und noch mal ein retouch bekommen und hier bei dir wurde es noch mal so ein bisschen ja wir haben sie versucht nach farben rein zu hauen aber ziemlich übel im original war es wahrscheinlich schwarz weiß die haben bloß gedacht wenn wir schon hier die farbseite glatte seite haben dann haben wir es noch mal ein aber da kann man ruhig drauf verzichten dann doch lieber hier eine schöne schwarz weiß seite ja super cool dass das first of the north star endlich auch in amerika veröffentlicht wird und natürlich alle englischsprachigen menschen auch in den genuss kommen da geht es schon los mit der hokto gewalt hier eine der coolsten szenen am anfang dieser typ kommt zurück zu seiner gang und das einzige was er stottert ist hokto hokto und dann platzt sein kopf absoluter klassiker fest auf den off star absolut also ja wer auf gewalttätige martial arts mangas steht der sollte sich auf jeden fall mal reinlesen wenn man jetzt nicht diese edition haben will und einfach nur reinlesen will man kriegt für ich glaube für recht wenig geld auch diese deutsche version wird die du eben gezeigt hast es gab auch vorher schon englische versionen als comic hefte also als us comic heftchen und dann auch so als der taschenbücher aber auch auch nur acht oder neun glaube ich also auch in amerika sind sie nicht so weit gekommen nicht mal die hälfte des original mangas wurde dort veröffentlicht bisher in frankreich und spanien ich glaube auch in italien haben sie auch die komplette serie bereits veröffentlicht ja in italien lief ja auch gleich der anime komplett fernsehen ich liebe diese seite super cool und der typische attacke hat tausend fäuste das ist etwas was in die popkultur eingegangen ist dessen ursprung allerdings in fist of the north star ist also jedes mal wenn ihr seht dass in irgendeinem anime oder sonst irgendwo so eine attacke auftaucht mit 2000 händen fist of the north star war der erste manga der das eingeführt hat man sieht natürlich ganz klar die einflüsse von mad max diese post apokalyptische das post apokalyptische wüsten szenario und dann diese punks diese gangs und die gedärme splashen raus der kopf wird gespalten ja wir haben ja vorher schon gesagt dass es ein schonen manga ist also eigentlich für zwölfjährige was wir in deutschland nicht möglich gewesen in den 80ern immer wieder verblüfft darüber wie gewalttätig manche schon jump mangas waren weil das hier war ein ganz normaler manga denn in der schonen jump lief neben dragon ball und saint seya zum beispiel obwohl saint seya auch stellenweise sehr brutal ist wobei das ja der erste fighting manga war also noch vor dragon ball vor saint seya also zum zeitpunkt gab es noch gar keine fighting mangas in der schonen jump da waren es eher alles so abenteuer geschichten aber so richtige martial arts sachen gab es vor fist of the north star noch nicht der hat diesen trend gestartet und kurze zeit später aufgrund des erfolgs von hokto no ken beziehungsweise fist of the north star haben die hat die redaktion beschlossen mehr fighting mangas rauszubringen und dann kamen dragon ball saint seya und später was weiß ich was da alles noch kam auch bis heute hält sich ja dieser trend dass mit naruto one piece und jetzt demon slayer und was es sonst noch alles gibt dieser ganze fighting manga trend der ist eigentlich die grundlage davon ist eigentlich fist of the north star auch wenn die optik ganz anders ist als das was heutzutage so trendy ist das war halt die die zeit der 80er die zeit der action stars von sylvester stallone schwarzenegger und fandam da waren eher die muskulösen maskulinen charaktere gefragt und heute sind es eher also die süßeren charaktere die angesagt sind ja ich weiß nicht ob ich dir dazu stimme weil ich denke an so aktuelle top titel wie zum beispiel chainsaw man die auch auf jeden fall eine brutale natur haben ja im grunde sind das ja diese ganzen nachfahren von fist of the north star fist of the north star hat all diesen mangas den ja wie sagt man den weg vorbereitet und das macht ja auch absolut sinn also die meisten leser die ich kenne die sind halt auch in meinem alter und die wollen natürlich auch weiterhin mangas lesen natürlich ja findet man unterhaltung wenn einfach mal jemand enthauptet wird es immer eine geschmacksfrage es gibt dann es gibt leute die finden dass die können diese gewalt als unterhaltung akzeptieren es gibt leute die sind aber doch wieder schockiert darüber gerade wenn es so realistisch gezeichnet ist weil das ist ja dieser so was ich meinte chainsaw man ist natürlich auch gewalttätig und sowas aber chainsaw man ist trotzdem sehr modernen manga stil also weißt du was ich meine simple gesichter und sehr manga artig und das sieht halt nicht so aus ich glaube heute jüngere manga leser würden das schon gar nicht mal als manga identifizieren weil diese schraffur und so das erinnert dann eher so an amerikanische europäische comics alles relativ versucht realistisch zu zeichnen und aufwendig und das ist also diese gewisse schule kentaro miura der zeichner von berserk sagt von sich auch er gehört zur tetsuo hara schule tetsuo hara war der zeichner von fist of the north star und kentaro miura war sehr stark inspiriert durch ihn man merkt auch die parallelen wenn man sich die zeichnung anguckt berserk und fist of the north star sind von den zeichnungen her recht ähnlich von der story auch nicht so unähnlich also zumindest was obercoolen hauptcharakter angeht ja fest davon auf so ein berserk sind auf jeden fall so die zwei maskulinsten mangas die ich auf jeden fall kenne auch beide in den 80ern ja das war die blüte zeit ich meine da waren muskulöse mit schnurbärten muskulöse männer mit schnurbärten waren angesagt das finde ich auch mega cool sowas wollte ich schon immer mal in einem wolverine comic sehen aber ich habe es noch nie ich weiß nicht ob es ein wolverine comic wo es sowas gibt wo es sowas schon mal gemacht wurde ich habe bei meiner marvel bewerbung habe ich das in meinen wolverine comic gemacht sie haben mich nicht genommen aber vielleicht lag es daran vielleicht will marvel nicht so explizite gewalt wahrscheinlich nicht aber ich fand ich fand dieses panel schon immer großartig wenn leute von krallen in so drei stücke geschnitten werden später ist es dann passiert das relativ häufig in fist of the north star wenn ray auftaucht diese version hier beinhaltet jetzt wie viel von den japanischen bänden zweieinhalb ungefähr ungefähr ja ja müssten zweieinhalb bände circa sein jede seite sieht einfach großartig aus also man so haare schludert auf keiner seite zeichnungen sind großartig und ich finde es umso bemerkenswerter dass er die ganze serie in fünf jahren gezeichnet hat das ist totaler wahnsinn ich mag diese haare mit dem pinsel gemacht großartig aus qualitativ so hochwertiges detailliertes artwork in so kurzer zeit zu zeichnen unglaublich und der zuhörer zeichnet ja bis heute der hat ja nie aufgehört fist of the north star war zwar sein größter hit aber er hat ja auch die fortsetzung zu fist of the north star bzw ein prequel fist of the blue sky noch gemacht danach diverse samurai manga hat er noch gemacht geschrieben ist der manga übrigens von bu ron son das ist der künstlername benannt nach dem filmstar charles bronson ich glaube wir haben genug gezeigt also wenn ihr jetzt nicht neugierig seid dann ist das manga wahrscheinlich nicht nichts für euch also jeder der irgendwie interessiert ist an an 80er jahre action stars an mad max an brutalen action mangas an berserk der sollte sich auf jeden fall mal fist of the north star anschauen auch wenn man nur diesen ersten band liest diese version hier da ist die ganze storyline mit shin mit drin hier wollte ich noch mal kurz reinschauen hier ist nämlich die origin story von kenshiro da ist shin das ist eine szene die eigentlich sehr bekannt ist allein durch den anime und durch den fist of the north star anime film wie shin ihn verkrüppelt der reißt ihn oder schneidet ihm die sehnen auf dass er sich nicht mehr bewegen kann und dann er rammt er ihnen seine finger in die brust und erzeugt somit diese narben diese hokto förmigen narben auf seiner brust und entführt halt seine freundin julia was dann die story antreibt von da an geht es darum also das ist ja das was in diesem band drin ist dass kenshiro seine freundin zurückhaben will und deswegen gegen shin kämpfen muss und später eigentlich wird der manga richtig interessant erst danach weil hier am anfang shin ist ein guter einstieg man erfährt so um was es geht um diese kampfkunst die kenshiro beherrscht als einziger er ist der einzige ähm lehrling des hokto shin ken diesem mythologischen kampfstil der dazu der leute dazu bringt von innen zu zerbersten und dann später kämpft er auch gegen ein paar andere gegner in den nächsten bänden und dann dann taucht rei auf und man erfährt mehr über die vergangenheit von kenshiro und da wird der manga dann erst richtig interessant wenn dann seine ehemaligen mitschüler auftauchen toki rao und dann dann geht es richtig rund weil dann hat kenshiro mal ein paar gegner die ihm gewachsen sind am anfang ist er noch stark überlegen aber wenn er dann seine ehemaligen mitschüler trifft dann dann geht es richtig ab und dann und dann geht die story auch richtig los also ich würde sagen dass es dann in dieser version wahrscheinlich schon band zwei vielleicht band drei also ich freue mich auch sehr darüber dass diese version endlich auf englisch erschienen ist in der sprache die ich lesen kann ich habe ja ein paar bände von der französischen version die auch sehr schick ist nur leider ist man französisch sehr schlecht bis nicht vorhanden werde werde ok thomas du hast du auch einen fett marshal als comic am start wie heißt er noch mal ja mein comic ist sehr stark inspiriert von fist of the north star und zwar ist es schaul in grandmaster killer und wenn man genau hinschaut man sieht hier auf dem cover leider nicht aber kenshiro hat ja auch diesen diesen ein verbundenen arm das hat mein charakter auch aber aus anderen gründen bei ihm ist das eher so ein mode accessoire weil er hat keine wunde darunter er trägt das einfach so bei mir ist etwas versteckt unter diesem unter dieser bandage das wird jetzt aber noch nicht gelüftet aber ich habe es auf jeden fall übernommen von fist of the north star als kleine homage fist of the north star war in japan ja auch sehr sehr einflussreich es gab diverse artworks und zeug was auch immer videospiele die inspiriert waren von fist of the north star double dragon ist sehr stark von fist of the north star inspiriert und die hauptcharaktere haben auch diese armbandage ja und mein comic ist auch ein martial arts fighting action comic es geht um den gealterten bösartigen kung fu meister gu der mit seiner vergangenheit zurecht kommen muss und steve ja ich habe auch einen comic so halb am start ich werde den auf jeden fall nächstes jahr so ein bisschen revampen und rebooten der heißt face my fist da geht es um mehrere ja street gangs die gegeneinander kämpfen und um um territorien kämpfen allerdings nicht in der post apokalypse nein nein es spielt einfach nur in unserer heutigen zeit in einer ganz normalen großstadt dazu mehr in zukunft okay thomas wo findet man deine sachen meine sachen findet ihr unter thomas-lutzalik.com oder auch thomas-lutzalik auf instagram meine sachen findet ihr bei instagram unter steve-lutzalik oder meine webseite steve-lutzalik.com alle links sind auch unter dem video verlinkt und da findet ihr auch infos zu all unseren comics wie jetzt zum beispiel bei mir gashapau face my fist und detective headache oder bei dir thomas schau den grandmaster killer oder weapon master und der ganze andere geile scheiß schaut auf jeden fall mal rein in fist of the north star ist ein mega manga bis dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss